Yo was geht ab liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von life is strange 2 so was fehlt uns denn jetzt eigentlich so wirklich im prinzip haben wir alles dabei wir gehen mal in Daniels Zimmer schauen was hier so abgeht ach ist abgeschlossen dann klopfen wir mal dude come on open up because okay okay what are you doing in there dr. Frankenstein you ate my choco Chris don't be pissed you always see the whole box what's with the sisters you'll see but not now so don't come in you can't go teenagers only I bet Lila would like me to go to my house I don't know what I'm going to call an ambulance now before it's too late maybe all I can say is watch out for my costume in three days this Halloween is gonna be awesome are you going to the party tonight at Eric's house will I love you yes 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 and you can't go teenagers only I bet Lila would let me go she's way nicer to me than you I'm sorry dude she's cheating on you shut up and I don't even care if I can't go because I have secret stuff to do alone of course you do hahaha hahaha Daniels is always up to something wonder what's next yeah was müssen wir jetzt eigentlich machen ich hab grad keinen Plan muss ich zugeben was ist das Ziel Ok. Endlich bereit zu gehen. Zeit zu Skype Layla auf meinem Laptop. Ok. Skypen wir sie mal. Ist zwar eigentlich mega aus dem Trend, aber gut. Warum denn noch nicht? Ist. Sorry Layla. Ich bin einfach nicht ein Selfies kind of guy. So. Oh. Oh Lower Boy. Oh la la. Ok. Sprecher. Was sagst du mit Jen heute? Ich weiß nicht. Was auch. Ja und. Ich weiß nicht was. Ich habe keine Spiel. Ich habe keine Spiel. Es sind nicht Charterterritory für mich. Du bist super süß. Du bist selbst. Du bist selbst. Das ist warum sie mit dir ist. Sean. Ich bin fertig. Schau. Ich habe Zombie blood. Es ist Korn syrup. Und Food coloring. Hey. Hi Layla. Get out of my room Daniel. I was just. Come on man. Just the. Just bugging the shit out of me again after I told you to knock. Yeah. I know. Ist doch nicht so unhöflich zu deinem kleinen Bruder. Sean. You're an asshole. Yeah. What's your problem? I want to see Zombie blood if you don't. Du hast recht tut mir leid. Er ist nicht immer so süß. Sorry sorry. I'll make it up to him. He knows I can be a dick. I'm just stressed out about tonight. Oh please. We're gonna have so much fun. Maybe tonight's the night. Don't jinx me. Jinx? I'm your lucky charm bitch. Okay. So when are you coming over? I just have to hit up the momster for the car keys and hope she doesn't make me lie too much about the party. I'm already in trouble from last time. This time don't get caught. Yeah. When do you see that drawing? Yeah. This might be my masterpiece. Well, yeah. It's my portrait. Yeah. Yeah, it's 12. Oh shit. Jen just posted her outfit for tonight. What? On her wall. You should check it up. It might get your attention. Why not? Whoa. Her hair. Whoa indeed. I told you she was super into you man. What's her profile picture gotta do with me? Huh. You will see. I see you, Sean. Should we set the wedding date now? Hey. Come on. It's just a heart. I like her hair, okay? No big deal. Sure. Yeah, sure. Yeah, sure. Leave me alone. What the hell? Hold on, okay? Something's going on outside. What do you mean? Hey. Look at my shirt, asshole. What's the big deal? It's Halloween. Don't ever touch my brother. You hear me, Brett? Fuck you, Diaz. He got his fake blood shit all over my shirt. Look. I told you it was an accident. You better leave us alone. Oh yeah. Go hide in your dad's garage. Pussies. You think you own the blood? Fuck you. What do you mean? Dude, step back. He didn't mean it. He's a fucking kid. He's a fucking retard. What? What did you just say? You heard me? Bitch. Don't ever touch him again. Or what? You gonna get your daddy? Hey, asshole. I don't need him to protect me from you. Oh. You wanna go? Oh yeah, motherfucker. Then go back to your own country. Whoa. Sean, you hit him. Get inside now. Sean. You're dead meat bitch. You and your whole fucking family are going to jail. Losers. What's going on? Daniel, get over here. Sean. He needs murder. Okay. Okay, step away. Now. Calm down officer. Shut up. And step back. Now. Hey, wait. This guy was. He started being. On the ground. Hands behind your head. This is fucking bullshit. Huh? Oh no. Sean. What happened? We didn't do anything. We didn't do anything. Be quiet. I swear. Shut up. I'm sorry, dad. Daddy. I wanna go home. Don't move. I said don't move. We didn't do anything. It's gonna be alright. On the ground. The hell? What the f- Oh my god. Wieso denn sein Vater? Sein Vater war cool. Wow. Jesus. Oh no. Oh fuck. No way. No. Daniel. Hey. Come on. Daniel. Come on. We gotta go. Now. We gotta go. We gotta go. We gotta go. Now. Wow, ich weiß gerade nicht was ich sagen soll, außer, wow. Leavis Showings ist ein Spiel, in dem der Schwerpunkt auf Spielentscheidungen liegt. Die Folgen der Taten und Entscheidungen wirken sich auf der Welt aus. Warum denn sein Vater, ich weiß auch nicht warum der Kopf so nervös war. In der Nähe von Mount Rainer, Washington. Zwei Tage später. Guter Gott. Wo wollen wir jetzt eigentlich hin? Also auf der Flucht sind ist klar, die Frage ist nur wohin. Und was weiß er eigentlich? Weiß er überhaupt, dass sein Vater tot ist? Potenziell nein. Nein, Mann. Wir können hier nicht stoppen. Wir müssen weitergehen. Keine Brotung, ok? Komm schon. Aber, aber... Was heißt vier? Achso, ich wollte schon sagen. Und meine Brotung. Und meine Brotung. Ich bin da auch. Ich bin da. Ich bin da auch. Ich bin da. Mach es weg. Ich liebe es, wenn du so bist. Ich міge muss changen. Servber uns zu ребенauen in den Bergern. W fox mal her. Wolle. Was Daniel, come on. Wir müssen gehen. Warum ist der Vater mit uns, Sean? Er will auch gehen, auch? Ja, aber ich habe gesagt, dass er nicht. Ich habe gesagt, okay? Okay. Aber ich bin so sick von walking. Ja, ich habe gesagt, dass ich wieder zurück in meinem Raum bin. Ich weiß, ich weiß. Hey, auf jeden Fall wir nicht nach Hause gehen, auf dem Tag. Ja? Ja. 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 Alle werden so sehr gefühlt werden, wenn sie herausfinden, wie weit du gehen hast. Wirklich? Wirklich? Ich glaube, dass der Vater auch sein wird. Du denkst, dass wir gehen, wie, vielleicht 100 Kilometer? Probably 200. Feels like it. Ooh, awesome paws. But next time, Dad better get me a good pair of shoes. Like yours. Dude, Bigfoot doesn't need good shoes. I'd rather be a wolf. Ow! We could be wolves. Yeah. Yeah, that works. Just work on that how. Hey, you know what? Let's see if you can walk the whole way without complaining once. Uh, like you don't whine too? I don't whine. I... I... Tag your ass and run! No way! Not fair! Whatever. Okay, I'm a zombie. And I'm gonna eat you! Blah! Okay, he doesn't know that his father is dead. I'm gonna ask... I'm gonna ask... ...or the only way he should know his brother... ...why he doesn't have to work with him. I'm gonna ask... That's the only part of the world I haven't heard yet. Tapia. 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 Jon, look. Ja, sicher. Du bist der erste zu wissen, wenn wir da sind, okay? Ich bin schade und schade, auch. Es sieht aus, das ist ein perfekte Ort zu campen. Ich glaube, wir sind nicht die ersten Leute, um die Nacht zu bleiben. Es ist schrecklich. Es gibt niemanden hier. Wir haben sogar keine Autos. Wir werden hier campen. Ich schaue dir. Oh, schau! Oh mein Gott. Ja, ich sehe es. Sie wissen, ich liebe Choco Crisp Bars. Ich habe eine in ein Millionen Jahre. Ja, genau. Mehr als zwei Tage vor. Komm schon. Ich versuch's. Ich versuch's. Ja. Und du kannst es später mit einem frostigen Rootbeer waschen. Okay? Aber ich schweig. Aber... nicht mich. Wir werden ihn auf jeden Fall jetzt nicht da klauen. Auf gar keinen Fall. So, gucken wir uns mal hier die Situation an. Ja. Willkommen in Nowhere Washington. Ja. Waschenkton. Ich bin sicher, dass es keine Barsch gibt. Hier gibt es nicht. Hier gibt es nicht. Ja. Ich bin sicher. Nein. Wir sind nicht. Wir sind jetzt. Wir sind da. Wir sind etwas da. Hey, da? Wir gehen unter anderem. Wir gehen zum Wald? Nein. Duh. Es ist sehr süß, dein Blatt. Aber okay. Hey. There must have been a big-ass storm. Ooh, landslide. Doesn't sound good. Should be fine. I don't know, I guess they missed that car. What if the owners come after us? And they're hunters. You're too little to hunt. We're cool. What are they doing here in the way? What are they doing here in the way? Yeah, let's see what they're doing here. Yeah. Stop thinking about that. Get over yourself. Oh, man. I'm... Okay, dude. You have to use the bathroom? No. It smells real bad. No shit. Seriously? You better go now. I don't have to go. Jeez. Can I just pee on a tree? Okay, why not? Okay. You'll have to go on your own later. Stop treating me like a baby. You're going to possess nine years. What the hell? Sean? Yeah? Look how big these trees are. Eh. That's only because they need the sun. Besides, they'll protect us from the rain. What if they don't? What if they... Uh, it's about us. Hey, you've watched Lord of the Rings with that, like, a hundred times. Here's your chance to go on a real adventure. Mit mir? Ich bin wie Frodo? Und du bist Sam? Ich dachte eher wie Aragorn. Ich weiß... Dad wusste immer genau wo zu gehen. Er war ein Kompass. Ich dachte eher wie Aragorn. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Du bist Sam. Du bist Sam. Und wir müssen einen Schaden zu finden. So können wir von den Orts entfernen. Okay, okay. Sam, ich bin. After Sie, Master Daniel. Ich werde das für die Zombe. Ich werde das für die Zombe. Wow. Das Ort ist großartig. Ja. Es ist ziemlich cool. Ich glaube, Daniel verstehe was. Ich denke, Daniel verstehe was. Picnick und Hiking Site. Ich weiß nicht, dass niemand hier rauskommt. Das ist gut für uns. Keine Camping? Uh oh. Ich denke. Niemand wird uns hier finden. Ich denke, die Tiere zu essen. Ich denke, die Tiere zu essen. Was? Was? Wie? Oder Chöten? Oder... Die Leute haben mehr als... ...Kurl, 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 ... ...wer nicht... ... und sie werden wir machen. Sie sind viel mehr fern von uns als wir, von ihnen. Obwohl sie sind wütig oder wütig... Ok, jetzt geht's. Sieg nicht an das, wir gehen. Ja, wir sind hier. Ich kann ihm jetzt die Wahrheit erzählen. Ich kann es nur nicht. Nein? Irgendwann müssen wir es tun. Früher oder später. Das ist schon eine geile Aussicht. Siehst du, hat er irgendetwas Gutes hier? Ich wünsche mir, dass der Vater hier mit uns war. Na gut, danke. Du bist noch nicht mehr? Ja, du bist super cool. Aber ich wünsche mir, dass die Familie zusammen ist. Zu Hause. Es wird cool, zu sehen, ein Film und eine Pizza zu essen. Und zu essen. Mann, stop. Ich habe gesagt, wir müssen weitergehen. Wir sehen uns später. Und jetzt ist es nur du und ich. Okay? Ja. Es ist unser Park. Wir können alles tun, was wir wollen. Das ist richtig. Also, wir müssen uns eine Bescheid zu bauen, damit wir die Nacht schlafen können. Du bist bereit? Frodo ist immer bereit für ein Geist. Sean-Wise. Dann gehen wir. Okay. Los geht's. Alles schön. Eine mega geile Aussicht. Hallo! Da unten! So, Leute. Wir machen jetzt einen kurzen Break. Bis zum nächsten Part von Life is Strange 2. Bis dahin. Haut rein. Und tschüss. Oh! Sean! Let's play hide and seek! Bet you can't find me! Ja, komm! Also, machen wir jetzt den nächsten Part. Bis dahin. Haut rein! Und tschüss! Tschüss!